Hallo, wir stehen schon wieder mal an Land. Diesmal Jackal Island. Rufus kennt jetzt da bald so alle Landstellplätze, die es überhaupt gibt. Es ist eigentlich sehr schön da, weil das Wetter sollte zwar schön sein, aber irgendwie ist es halt nicht schön. Es ist wurscht. Zum Arbeiten ist es genau das richtige, es ist zwar ganz kalt, aber es ist halt so. Da geht jetzt dann irgendwann die Sonne unter und wir hoffen natürlich, dass das mit dem Wasser wieder alles gut geht, damit unser Rufus dann irgendwann wieder schwimmen anfängt. Harald mischt jetzt gerade Farbe an, wie man hören kann. Jetzt reichen wir noch. Das dauert jetzt ungefähr eine Stunde und dann kommt das Wasser wieder und dann hoffen wir, dass wir wieder schwimmen, aber das wird so. Alles klar. Ciao, ciao.